Die Anlage soll dazu beitragen, die Kosten von FCEVS in Übereinstimmung mit den malaysischen Staatszielen zu senken. Der malaysische Bundesstaat Sarawak hat seine Absicht angekündigt, ein neues Automobilmontagewerk zu beherbergen, das speziell auf die Produktion von Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, FCEV, ausgerichtet ist. Der Staat hat Strategien für seine Automobilindustrie entwickelt, um von fossilen Brennstoffen wegzukommen. Die Regierung von Sarawak hat zuvor angekündigt, dass sie einen ehrgeizigen Vorstoß unternehmen wird, um sich von der Abhängigkeit der Automobilindustrie von fossilen Brennstoffen zu lösen. Stattdessen wird es seine Zukunft auf einen Übergang zu sauberen und erneuerbaren Energiequellen aus erneuerbaren Energiequellen konzentrieren, sagte Dr. HAZ-Land Abang-Hipne, stellvertretender Minister für Energie und ökologische Nachhaltigkeit. Die Landesregierung befindet sich bereits mitten in der Umsetzung einer Reihe weiterer Projekte und Initiativen, die ihr bei der Transformation in eine Wasserstoffwirtschaft helfen werden. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels waren die spezifischen Details des Projekts der H2, betriebenen Automontageanlage noch nicht bekannt gegeben worden. Dazu gehören der Name des Autoherstellers der beteiligten Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge, die Höhe der Investition und sogar die Produktionskapazität der Anlage. Es wird jedoch erwartet, dass der Premierminister von Sarawak, Datuk Patingi Abang-Johori Tan-Openg, diese Details zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen wird. Der Fokus auf Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge steht im Einklang mit dem breiteren Fokus auf den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Es gibt viele BEVS auf dem Markt, aber die Herkunft und Energiequelle zur Herstellung der Batterie ist fraglich. Deshalb konzentriert sich Sarawak auf lokal mit Wasserstoff betriebene FCEV, sagte HAZ-Land Ende Juli, nachdem er die 18. Internationale Konferenz über saubere Energie 2022 eröffnet hatte. Es soll den Preis dieser Fahrzeuge für die Einheimischen senken. Laut HAZ-Land können sich die meisten lokalen Fahrer die Kosten für Elektrofahrzeuge, die von japanischen Autoherstellern verkauft werden, nicht leisten. Daher wird die Landesregierung einen größeren Fokus auf den Import von mehr Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen für Regierungsbeamte und Staatskabinettsmitglieder legen. Vielen Dank für das Folgen von Hydrogen Fuel News. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Abonnieren, klicken und auf den Link in der Beschreibung klicken, um unser kostenloses E-Book zu erhalten.